Oh, hallo meine lieben Freunde und einen ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Demon Masters Online. Eine frühe Morgen hier am Start. Ich bin gerade aufgewacht und jo. Was ist passiert? Ja, die Gilde war sehr, sehr, sehr hilfreich zu mir und Holy und sie sind sofort mit uns Karten gegangen. Habe ich jetzt nicht aufgenommen, das Ganze, aber wir haben ein paar Evos gekriegt und ein paar Devildaten. Bedanken tue ich mich. Wer war das denn nochmal? Ich glaube, die Devildaten habe ich von zwei Leuten bekommen. Wer war das denn jetzt nochmal? Ich glaube, es war einmal... Ah, weiß ich gar nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall von den Leuten, die ich die Devildaten gekriegt habe, nochmal vielen Dank. Und derjenige, warte mal, das war glaube ich Syme Hype. Genau, Syme Hype hat mir beim Evoluta Farm geholfen und mir und Holy. Und er war derjenige, der mein Adventskalender-Gewinnspiel gewonnen hat. Das wusste ich vorher auch gar nicht mehr. Und ja, was man hier oder wie man hier alles wieder trifft, das ist unglaublich. Und jetzt können wir endlich mal nach langem unser Impmon-Headchen. Wurde auch mal langsam Zeit. So, Laudata-Input. Jetzt erstmal fett alles rein hier. Da können wir endlich mal hier... Unser schönes Impmon-Headchen. So. Jetzt fehlt mir nur noch ein Name. Wie nennen wir das denn? Ich nenne jetzt einfach... Ich nenne es jetzt Cheng. Cheng mit X, Mann. Das ist doch Burner. Das ist doch der Burner. So, erstmal hier Dings. Fett Headchen hier, das Ding. Es ist zwar ein Impmon, aber... Das soll uns doch egal sein. Das ist geil. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Motorrad. Also das BMO. Relativ geil. So. Da haben wir wenigstens schon mal was hier gemacht. So, dann hol ich das mal raus. Und... Guck mir das Ganze mal an hier. 121 Prozent. Sehr geil. Dann können wir hier schon mal das Skalsatamon anlocken. 8 Evo-Looter brauche ich dafür. Oh, uns fehlt ein Evo. Ne, warte mal. Wie viel? Ja, doch. Ein Evo fehlt mir. Fuck. Äh. Mir fehlt ein Evo. Für Impmon Mega Level. Scheiße. Na, egal. Wir wollten das ja erstmal eh nicht trainieren. Oder, warte mal. Ich kann ja mal eben... Vielleicht hab ich ja Glück. Da waren ja... Ob die 8 M wert sind, ne? Digicore. Digicore. Was? Booster nur? Na, egal. Egal. Jetzt haben wir wenigstens schon mal hier ein. Jetzt scheiße, das ist jetzt ein Evo. Ein bisschen ärgerlich jetzt, aber ist egal. Denn, äh, ich geh jetzt mal zurück. Zur Wilderness Area und level da weiter. Weil jetzt mit Impmon zu leveln wäre jetzt auch ein bisschen kacke, weil wir ja eh nicht... Aufs mega leveln können. Und yo. Alles klärchen, popärchen. Das müsste... Ich muss eh nochmal hier alles sortieren. So, mal eben hier hoch. Das Ganze. Zack, zack, zack. So. Wo... Hab ich die denn nochmal bekommen? Bei Stingmon und Devimon. Dann kannst du erstmal hier hin, zu Stingmon. Level up sind wir auch gleich. Ja, das ist dir schon wieder aufgefallen. Seht ihr das? Schon wieder? Nur hier am Rand. Fangt's an zu lenken. Ja, ja, ja. So, einmal digitieren. Und einmal angreifen. Sind ja nur drei Stück. Die wir sammeln müssen. Und down gehen sie ja auch schnell. Aber das hat 500% EXP, wenn das leider nicht mehr aktiv. Aber das ist ja Wurst. Glauben die überhaupt noch weiter? Ja, klar. Gut. Ja, Medizin auf Leomon. Das ist schon mal gut hier. Hier ist Reynamon. Ein Reynamon. Na, die 12 Dinger hier wieder. Mal eben schnell die Quest beenden. Dann... Jedau eben schlau. So, Eierschalen. Immer alles aufsammeln, ne. Wie gesagt. Na, egal. Für die 8er machen wir jetzt ein... 200% EXP Booster bekommen. Ist ja auch nicht schlecht. So ist das ja auch nicht. Bam. Oh, nochmal. Noch ein... Ein Leaf müssen wir noch finden. Ist er da? Ja. Jetzt müssen wir nur noch die Zähne von Leomon finden. Dann haben wir das auch fertig. Und ich denke mal... Dann sind wir hier auch fertig. Also habe ich... Jetzt, äh... So das, äh... Gefühl. Ey, wir haben heute... Dinge. Ich kann cashen heute. Hö, hö. Ich könnte mir... Oh. Eine Rabbit. Eine Rabbit. Hallo, es ist das Rabbit. Hau das Rabbit. Und jetzt... Das... Devi Mon. Oh, ich habe nur noch eine goldenen Banane. Ja, schade. Die waren eigentlich relativ gut für den Anfang. Hätte ich nicht gedacht. So, Level 29. Wir können zwar gleich schon längst... Ach, wir können längst schon die ganze Zeit zu Yatagaramon digitieren. Aber die S wird so schnell verbraucht. Das ist so kacke einfach nur. Aber was willst du machen, ne? Dann bleibst du erstmal im Champion. Weil Champion schafft er ja auch locker hier. So ist das ja nicht. So, nächster. 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 Und nochmal. Bam. Geht auf jeden Fall gut ab. Habe ich die F2 schon gemaxed? Ne. Da muss noch... Ein wenig was. So, jetzt noch einmal hier die Zähne. Dann haben wir... Oh, ey, ledig. So, jetzt mache ich noch den. Das waren sie jetzt wahrscheinlich. Ja. Und dann können wir hier auch schon mal wieder weggehen. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich die Medizin ausgestellt. Und von da aus... Müssen wir dann die Medizin wegbringen. So, hier ist Frigemond. Ja. Jetzt muss ich die Medizin darüber bringen. Beide geile. Warum... Ah, da ist wieder ein Rabbit. Ein Rabbit. Und... Jawoll. Also hier kann man echt gut Boxen fahren, ne. Ähm. Gerade nicht, aber danke. So, wo ist der Leon? War doch hier hinten irgendwo. Jetzt wollte ich mal die Minimap wieder aufmachen. Youth Madison. Bei dem Leon, ne. Ja. So. Hallo. So, jetzt geht es ihm wieder besser, oder was? Youth Flag to Head Leomon. Warte, da gucke ich mal auf die große Karte, wo der ist. NPC. Angry... Angry Head Leomon. Dann gehen wir mal da jetzt hin. Zu der Angry Head Leomon. Und... Es liegt schon wieder hier am Wasser. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, Freunde. Oh, ich muss den Schatten oder so ausstellen. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. So, hier ist halt Angry Head Leomon. Angry Head. Da müssen wir jetzt die Flag usen, oder was? Ja. So. Oh, jetzt ist da hinten wieder eine Quest aufgetaucht. Bei irgendeinem Haupt-MPC. Ah, bei Punchless One. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich da das Lager hin. To Win Relay. Okay, wir sind fertig. Jawohl, wir können... Sag ich ja, wir haben den Abstand jetzt hier fertig. Hier gibt es wieder ein Rabbit. Und wir können auch Win Relay. Die vorletzte... Wenn man es so sehen möchte, die vorletzte... Das vorletzte Questgebiet in dem großen Gebiet hier. Also in Western Village. Western Village Gebiet. Ach nee, Wind Relay will er, ne? Ah, wir gehen gar nicht nach Digimon Farm. Digimon Farm wäre dann davor noch gekommen. Und nach Wind Relay kommt noch... Äh... Ruine. Und in Wind Relay... Oder ich glaube in Wind Relay oder Ruine Camp können wir die Dings killen. Warte mal, ich gucke nochmal hier unten, ob wir... Äh... Hier noch ein paar Rabbids finden. Weil hier waren ja auch immer ein paar Rabbids. Aber sieht gerade nicht danach aus. Äh... Nussaber, man. Gut, dann gehen wir jetzt einfach durchs Portal. Und gucke hin, was ich dir sagen. Warte mal, ich hab doch hier vom Event. Ich hol mal die Kapsel Coin. Ja, scheiße, die Coins wollte ich jetzt gar nicht rausholen. Von die Kapsel Coins. Ah ja, zurückdigitieren kann ich auch mal. Da gibt's ja immer die lila Digi Eggs. Die lila Digi Eggs. Ach, äh... Kapseldinger. Da ist Wizardmon. Wizardmon. Aber hier sind wir jetzt in Wind Relay. Und dann geht's noch weiter zum Ruinen Historic. Gibt's hier noch ein paar... Ein paar Rabbids. Ja, da. So, schnell weg hier, bevor der Digimon uns anvisiert. So, hier haben wir wieder fünf. Hier hab ich ja auch noch einen. Und dann wollen Digimon und Babamon was von uns. Hallo. Okay, Nunkreer is missing. Jetzt scannen wir erstmal... Die hier. Äh, da, da. Bananen wieder, jawohl. Oha. Oha. Akadimon. Karmelmon. Candlemon. Demidevimon. Miotismon. Oha. Oha. Aus fünf... Event... Easter... Ex... Hab ich... Zwei... Digis... Digimon raus... Rausbekommen. XD. Geil, jetzt können wir Dimon hier noch. Ach, Tragmon. Ach, die sind ja nur 3,5. Ja, und verkaufen können wir sie auch nicht. Charaktergebunden. Ach, schade. 3,5 hätte ich ja nicht. Dann pack ich die hier erstmal hier rein. Anderes kannst du ja nicht machen, ne? 3,5 war... Was willst du damit? Wenn ihr ehrlich seid. Ja gut, die anderen, die Anfänger und so, die hätten das jetzt gehatcht. Die hätten sich jetzt voll gefreut. Naja. 2015... Easter... Ex... Event... So, dann habe ich hier auch alles gemacht. Ein Lager haben wir hier leider nicht, glaube ich. Nur ein Archiv. Drakmon... Und... Camelon. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Dimon Master Online. Ciao. 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 Ciao.